Ich arbeite in einem der 21 Standards bzw. in einem der 11 Hämophiliezentren in der Schweiz und bin in meinem Team für den Fachbereich Hämophilie verantwortlich. Darum komme ich recht oft in Kontakt mit dieser Krankheit. Das ist sehr unterschiedlich, aber optimal ist eine interprofessionelle Sprechstunde plant, wo der Patient neben dem Termin mit der Pflege und dem Arzt auch noch in Physiotherapie gehen kann und dort einen standardisierten Gelenkstatus durchführen kann. Je nach Zentrum werden auch kleine Fitnesstests oder ein Fragebogen für die Lebensqualität oder ein Gelenksultraschall durchgeführt. Die Resultate werden im Anschluss mit einem Patienten besprochen, es können Empfehlungen abgegeben werden und je nach Bedarf können Therapie oder Übungsprogramme erstellt werden. Man muss sich bewusst sein, dass immer prinzipiell ein Blutungsrisiko besteht, das nachhaltige und strukturelle Schäden verursachen könnte. Wir müssen Balance finden zwischen dem optimalen Trainingsreiz, aber dabei kein Blutungsrisiko eingehen. Es braucht ein fundiertes Fachwissen, jeder Patient ist unterschiedlich. Faktoren wie der Blutungsphänotyp, Pharmakokinesen, das Aktivitätsniveau oder die medikamentöse Behandlungsstrategie spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Therapieeinheit sollte optimal so geplant sein, dass sie mit dem ärztlichen Medikamentenplan übereinstimmen. Patienten mit Schmerzen an den Gelenken oder an den Muskeln, mit eingeschränkter Beweglichkeit oder mit Gangunsicherheiten empfehle ich Physiotherapie. Regelmässige Physiotherapie kann Gelenksbeweglichkeit und Stabilität sowie das Gleichgewicht verbessern und Muskulatur stärken. Ein stabiles Gelenk und eine kräftige Muskulatur verringern das Blutungsrisiko. Fragen Sie Ihrem Hämophiliezentrum nach. Dort können Ihnen Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten helfen, eine geeignete Therapeutin oder einen Therapeut zu finden.